ok 30 holz dabei und und 30 stäbe links da heißt das land wie kommen wir jetzt hier runter kein qual schaden doch halbes mädchen noch ein herz ja das müssen wir immer im kreis laufen weil die rollen ja immer runter was ist denn eigentlich hier wie kriegen wir seite wir brauchen seite das hat auch irgendwas mit der wüste zu tun seite von spinn stimmt ja was seidenstoff können wir seidenstoff herstellen weil das zeichen auf diesem video in diesem video sieht ganz anders aus als wir ich habe der seite seidenstoff ok sonst hätten wir es ja schon brauchen können also wir haben ja jetzt nichts neues jetzt hier weiß ich mein der hat gesagt man muss in die wüste mit der blauen axt pick axt bin ich und was mache ich dann mit der hier ah ja genau die brauchen wir noch diese roll die mode ist hier es ist so scheiße mit dem schwert mit der armbrust ich habe jetzt drei von denen die brauchst du auch zum bau nur von allem die brauchst du auch zum bau ach da ist ein wolf jawohl kommt der hoch nie oder sicher wieder runter gehen lassen wie geil ist das traveling hier mit dem mit dem mit dem gleiter dann kannst du voll fliegen weißt du dich ja ich freue mich aber damit zu weit ist ich weiß dann nicht genau was wir dazu tun müssen zurück gesetzt ja genau deswegen nachts halt fackeln nehmen nachts fackeln tags wäre ganz ewig bleiben hier noch einer oder ich höre geräusche da sind noch zwei noch eingefangen oder wunderbar cool so dann hier raus hier bernstein sehe ich ich mache von hier ins rüber einfach ich weiß auch nicht ob ich genug holz habe um es rüber zu bauen ich habe nur noch sechs ich wollte hier rüber einfach rüber bauen hier da müsste müsste eigentlich gehen hier so das job 1 reicht ja wird schon fassen und dann hier ist das so hier ist der bernstein so komisch man kann dann wirklich im fliegen so direkt bauen schon mal vor wir könnten zum ballon hin und her fliegen wie geil krass oder lenke deine axt mit unterbrechen hast du gemacht ja ach so ich die pickpick axt ich sag zu allem axt also dieses ich habe jetzt 61 bären steigen die höhle die du vorhin da gefunden hast ist gar nicht auf der karte drin warst du mal kurz drin weißt du noch wo die ist hab die voll vergessen oder jetzt fällt es mir erst ein ganz am anfang war die bist du noch höher gekommen weil ich komme nicht mehr höher ich glaube ich bin noch hier oben rum ich habe kein holz mehr im holz oh 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 ok gut hier ist noch holz ich weiß wie normales holz auch oder was naja ok cool oh 2 2 sind gereizt was passt denn diese elektronik da dass du dann so bauen kannst wie du willst es gibt ja einige spiele die sowas haben aber hat mich nie gereizt weil ich bin halt nicht so einfallsreich sage ich mal dass ich dann irgendwas bauen kann das war das ist sogar glaube ich ziemlich gutes spiel ich denke dann ist das ingenier ding sogar das ist das spiel aus ingenierer 1 da kann sich auch alles bauen ist das nicht so ist das nicht genau kann sein ich kenne schon also ich konnte das jetzt nicht zu ordnen ich habe dann wieder 30 holz 29 ok okay okay am besten stehen bleibt weil server neu start wir können dann direkt wieder einloggen also wir machen eine pinkelpause oder so ich mache sowieso gleich eine kleine pause und messen nochmal ich habe immer noch nicht deaktiviert war es gar nicht mit hoch gekommen konnte nicht mehr ich hatte kein holz mehr ich bin runter gefallen und dann konnte ich nur weil ich kein holz mehr habe und dann habe ich jetzt holz gefahren und jetzt könnte ich wieder kommen oder außer du machst das und ich geh zum anderen berg ja aber warte jetzt eigentlich bis der server theoretisch kommt wir sind immer noch da ne ja mal schaut bis das banditendorf der wieder da ist ich hab's ja hier hier ist ja okay es lohnt sich gar nicht hoch zu bauen aber wie süß du da unten läufst geknüpft wo bist du da oben hier warte spieler köln spieler köln ist das kompensieren mein typ hat keine waffen mehr aber ich gehe zu meiner kiste da habe ich abends waffen alles deponiert hier das was cool ist wenn ich wenn ich die dance taste drücke da verwandelt sich meine tastatur in so einen audio equalizer so visuell mäßig echt okay so ein skin war und die ganze sache von vorhin sind alle noch da startet nix neu irgendwie vielleicht hat das vergessen und er macht es noch ja oder wir spielen umsonst schon wieder dann warum denn schon wieder ich habe noch nie umsonst gespielt du bist nur einmal am anfang rausgeflogen oder und dann hast du es kurz bei mir war das gestern so aber was heißt denn für dich umsonst ja umsonst dass du dann hat er nicht rausgeschmissen und dann war alles weg was du vorher gemacht hast ja bei mir war gestern so dass ich rausgeflogen bin und dann war es mein schar gespawnt und meine kiste war vor mir ich musste die einsammeln so ich bin bei meinem grill mit meinem grill hellfleisch habe ich hier kiste wo ich mache diese seite ich das nächste gebe ich den klüten mal so eine so ein schwert ja kriegst du sofort fahren kurze kurzes schwert ja und hier fünf feine hier ist alles vor ich habe ein ganzes lager auseinander genommen hier waren irgendwie so keine ahnung zehn leute und dann hat mich noch so komisches licht nächsten zehn geführt da war so eine frau und so ein typen im hut anscheinend so zwei anführer mit irgendwelchen kollegen aber die haben nichts scheiß gegeben irgendwie bei das da auch liegen lassen ja weil ich keinen platz mehr hatte ich war voll ich war voll ich habe ich war eine stunde wüste habe so viel mitgenommen wie es nur geht damit wir pro progresse haben hier schon mal das ist das liegt ja alles davon freuen wo ich war und da ist die kiste und der grill überall armbrüste hört sich gesund an sagt ich finde es gibt tiere geht einfacher mit mit armbrüste so ja vor fünf minuten das selber neigestattet ja wohl sehe ich auch so jetzt das fleisch wegschieben immer in winter ok stelle verbindung her battle pass geil man du hast level 21 erreicht cool was habe ich bekommen irgendwelche komischen sachen weiter fashion folie fashion folie fashion folie fashion folie fünf gegenstände gesammelt geil da bin ich mal gespannt ob es sofort wieder geht suche mache tour warte schlangen ist voll suche match wartet auf beginn der spielersuche warte beginn der spielersuche bereite vor lade rein willst du nicht noch die ganzen source code vorlesen ja da oben stehen kurz von mir irgendwie muss ich mal gleich gucken hier was steht denn da tatatata oder was da ist auch so den gleichen ladescreen wie ich da so schießt so einer also komisch aus und blauen pink schießt auf blau ich sehe banane und eiswelt und ich voll gar nicht sehen mit die gleichen komischen schimmel ein bild irgendwie so es gab ein problem netzverfirmung abgebot und fortfahren okay ich verstehe ja wieder da geil die meisten frauen sind höchstens so casual mäßig im internet aber was ich auch gar nicht so sagen frauen sich ja doch die gucken halt mit smartphone so ein bisschen hier und da so aber wirklich aktiv sind die nicht ich schätze mal hier ich schätze mal je nach alter es gibt so viel die zocken alles weil counter-strike fortnight ist das ich habe zwölf fleisch wie viel hast du ich habe jetzt meistens die sind meistens mehr unter sich denke ich also also siehst die finden so schnell ja wie gesagt mir fällt auf im chat das bin ich immer sehen aber was ich noch meine ist das ist doch überall so auch beim fußball ist das doch so beim sport ist das so wenn es um themen wie filme gehen muss das so ist fast alles immer männer dominiert scheiße mir ist warm da und frauen gucken mehr fernsehen guckt sich mehr das traumschiff oder so an ich weiß nicht was man sich heutzutage fernsehen da weiß ich nicht das glaube ich je nach alter kann man nicht vorstellen dass ich irgendeine vor dass alle normalen im internet und dadurch dass die männer so krass präsent sind fährt es nicht so auf leider dass der schätze ich mal die werden nicht viel anders machen als was wir machen kann ich gar nicht aber beim fußball zum beispiel da weiß man ja ganz genau das sind ja 90 prozent naja aus beim frauenfußball außer beim frauenfußball ja aber das sind ja auch keine frauen da sind noch da sind noch mehr männer und beim volleyball gucken auch lieber männer zu logischerweise stehe ich gar nicht ich weiß ja nicht was du mir hier sagen willst kapi ich will dir sagen weil irgendwie ganz verrückte roten hat woran das wohl liegt ja an dem runden ball oder nicht ich habe das mal angeguckt weil irgendwer meinte olympia die die beliebteste sportart ja dann habe ich geguckt und dann hat das irgendwie so eine ganz verrückte und irgendwie 90 prozent quote gegen gegensatz zu der andere scheiße geil was oder naja ist ist ja klar ich bin ja immer noch der mann und dass das augen dass die augen das beste sind an einer frau aber da bin ich glaube ich stehe ich glaube ich alleine da augen und gesichten ausstrahlung das andere ist ja eh da ich kann ja nicht bauen so wie ich will so eine scheiße jetzt hier so im berg nebenan ist auch gar nicht im gleichen oder bin farmer aber machen hier so runter ist das ein scheiß hund unten oder was der down zu schnauft oder was soll das jetzt hier i saw you crying i saw you crying at the disco team spiel wahrscheinlich die ganzen games nicht wo die frauen unterwegs sind bei ww habe ich gehört sind super viele frauen ich damals in den in den in der allianz war da war ich habe das in amerika ganz klar da hatten wir auch schon rechts da waren acht frauen und zwei männer und ich war halt einer von den zwei männer ja sicher hast du glaubst du glaubst alles hatte ich nicht glaube ich neu bauen ist mir das damals auch aufgefallen wir haben im stamm neben die heißt das eine allianz so viele frauen schmutz allianz ich bin eigentlich da drüben hin deswegen habe ich das so hingebaut aber das hoffentlich klappt bei counter-strike hatten wir waren wir damals so stolz auf unsere frau eine hatten wir eine in so vielen jahren ich brauche das neu ich konnte so nicht hoch sonst ist aber fertig rück rück betrachtet hat mir echt leicht getan ja also ich sehe wenn ich so schaue wenn ich so wenn ich so durchschaue fort da durchschaue und so lol und sowas lol ist schon ultra viele frauen aber du spielst das doch gar nicht selber du siehst das doch nur auf twitch ja genau Twitch ist doch was anderes Twitch ist das echte Liebe kloppst du dich mit so einem drehtyp nee oder das ist ja immer anders ist hier oben noch eine neue welt oder was was zum teufel ist mit dem ey da sind ja mehrere von denen noch einer oha ey immerhin genau die Statistik die sagt 50% der Spieler sind weiblich aber ich glaube da sind irgendwie eher so Farmwille und Handygames mit eingerechnet jetzt aber hier jetzt müsst ihr aber hier ja ist halt so ich will jetzt nicht sicher trau dem nicht trau dem nicht was ist denn das hier diese Wolke da guck mal Regenbogen guck mal geh mal dahin siehst du das das spielt doch kein Mensch mehr auf der Welt Farmwille Digger das sind doch keine 100 Leute 100 Jahre die Leute wenn 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 dann höchstens Farmwille oder sowas hast du nicht Farmwille wie heißt das von Nintendo ist das Farmwille ne das ist anders ist Farmwille nicht Facebook ist Farmwille nicht Facebook äh nichts für ungut aber der Handymarkt ist der größte Markt der Welt hast doch keine Ahnung ich weiß ich weiß macht mir um dass das alles andere zusammen normal Dinge oha da sind Leute das ist vielleicht ein Boss ist das ein Boss oder so was weiß ich da stehen irgendwelche Leute da oben das ist ja der Grund auch glaube ich warum Blizzard übernommen wurde und sowas ok die Wolke ist doch ziemlich cool sehr geil ja da ist es mit der Musik what the fuck geh mal weg da das ist wie so lol oha ich tue mal kurz dass ich nichts schlage hier ja was macht man hier mit tanzen oha einfach getanzt nein wieso hast du alles mach das das kaputt ey ich hab da nichts gemacht du mach das ich hab selbst getanzt einfach jetzt hier es ist oh man alter mach mal einfach kaputt ja aber warum denn ich hab doch einfach getanzt woher soll ich das denn wissen es sind irgendwelche Sachen in dein Inventar gekommen hast du irgendwas cooles bekommen schau mal schau mal nix nix du hast alles kaputt gemacht ne ne schau mal du hast du stanzieren das sind alle Sachen in dein Inventar rein was hast du denn bekommen hast du gesagt hä ja stanzieren ist da so als ob alles in dein Inventar rein ist oder was stimmt nicht lüge 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 ok ok es ist ziemlich es ist ziemlich viel gedroppt als ich angefangen habe zu tanzen dein Kopf hochgekommt ne ne hast du nicht gesehen ich fange an zu tanzen auf einmal kommt da voll das loot raus und sonst anscheinend ein Viech was böse ist ne der loot ist hier unten ach so der loot ist hier unten ich habe es da unten da Schneebären Langschwert hier ist der loot da unten aaaah das haben die gedroppt einfach normales Schwert was wir auch haben naja erst wieder rummeckern ja ja also yo das Ding ist weg oder was ach so weg lol ich sterbe schon wieder wuuu naja 300 mal essen muss in dem Spiel ok krass also man muss anscheinend da oben hingehen und tanzen dann kommen da kommt der loot hab ich alles richtig gemacht man 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 ey man kann sich das nicht mehr angucken weil er alles kaputt macht aber ich wusste doch nicht ich hab doch einfach nur getanzt oder was die machen ähm ich finde die Nacht irgendwie schon nervig die ist viel zu oft das ist alles aber noch ein Ding wir brauchen viele von denen wir brauchen viele von denen so sieben habe ich von den Panzern was gibt es noch für Biome eigentlich Gras, Winter und Wüste halt ne ne eh da so ein Typ hier hab ich Sprengpulver ja drei hab ich das sind eigentlich noch mehr hier rechts guck mal an was da ist tausende sind da rechts hier rechts neben dir neben dir direkt Inventar voll Inventar voll hier der Ersatz für Nachtskelette aber irgendwas haben die irgendwas cooles Schlürfsaft tausend Schwerter halt ne oder aber Sprengstoff ist krass äh du hast doch das Ding gesehen und ich gebaut hab ne mit der Düse mit allem du brauchst für jedes einen Sprengstoff was du denn du baust für die große Düse 2 alles was du baust in diesem Bewegungsding du brauchst Sprengstoff ja das ist nicht ruhig nein Lüffsack das ist nicht ruhig so musst du das Ding nicht auf die Düse das ist nicht ruhig du hast doch viele Schmerzen hier Oben war kurz kalt, lol Lol, der ist auch hochgeflogen, der Hund Da war ein Hund, das Gansieren ist hochgeflogen So, komm ich, komm, komm mal da hoch Ja, aber wie Aber nicht wieder ganz Scheiße Toll Bestimmt, dass da wieder eine andere Ecke, wo du dann hochkommen kannst Okay, Binder Oben, was gibt's denn jetzt hier Schönes? Ah, Bernstein, okay Schade, dass wir die Hülle nicht mehr wissen, wo die ist So, ich hab jetzt 81 Wie viel Bernstein hast du eigentlich? Wie viel was? Wie viel Bernstein hast du denn? Bernstein? Ich hab 83 plus die jetzt hier Ach so, hast du 85 hab ich Oh, hier ist noch Bernstein Kann ich da auch nicht hoch springen oder was? Okay, der kann nicht hoch springen Der ist auch, der ist auch ein klein, da weiß ich so Ich hör so ein Viech Was ist das? Oh, hier ist das? So, so So Mit der Vollschatten Hätt ich mal eine Chili raus Brauch ich nicht Okay Neun Stack angefangen Ist da oben alles clear? Weil ich hab, ich seh da ne Blöcke von dir Ah, ich hab Bin nicht in den Anzug gekommen, weil ich kein Holz hab Weißt du, dass ich nicht genug hab? Ja, aber noch 5 Holz Weniger siederte, die uns hier hochkicken Sonst ist doch immer so Und doch mal solche Oben ist noch ganz viel Ganz oben Ja Ich seh da gar nichts Echt? Ja Ganz oben? Ich kann ja, ich kann mich da schon hinbauen Jetzt Hier Ja, ein bisschen ist da Ein vorkommen Ne, zwei Zwei vorkommen hier oben Noch Oh, fällt's runter Zwei, drei Zwei, zwei, drei Zwei, zwei, drei Ja, genau Stimmt Es ist sogar noch eins Was man hier So eine Seite Floaten kann Was nicht so hängt So angeklebt So Okay Ja, passt ja Ist ja schön Hab ich Okay Ich weiß aber trotzdem nicht, ob wir den Progress geschafft haben Wir haben jetzt nichts Neues Als Wir haben jetzt, glaube ich, nichts Neues Als das, was ich hab Das Ding ist, ich hab mit der alten Spitzhacke ja auch schon alles abbauen können, was wir jetzt abgebaut haben Was haben wir jetzt mehr mit dieser neuen Spitzhacke, frage ich mich halt Weißt du, was ich mein? Ja I don't know Vielleicht können wir jetzt in die Schneeregion Ne, ich war doch in der Höhle, ich konnte es nicht abbauen Wir müssen erstmal Wir müssen in eine Höhle in der Wüste, glaube ich, erstmal So Ich könnte noch Ähm 23 Bernstein Holen Im Stack her Ich hab aber nur sieben dieser Sandpanzer Krass Okay Ja, wird dann geil mit diesem Gleiter und so Und ich hoffe, wir kriegen noch Progress, damit wir hier das Ding machen können So ein Auto bauen können Mit Rädern, dass er sich noch abheben kann Äh, ist hier geblieben Ist ja kein Schwert, ich bin hier im anderen Kriegst du Kiste Chilisamen Warte Okay Okay Hier nimm Langschwert Bitteschön Z Ich hab halt Ich hab halt einen Taschenplatz von einer Milch Ich weiß nicht, ob sich das lohnt Weißt du, ich mein? Ich hab halt eine Milch Hast du, hast du mit? Hast du einen Stack? Ja Okay, gut Liegt Ich muss noch ein bisschen Holz holen für weitere Abbauarbeiten Manchmal hab ich so leichtes Zurücksetzen von einem Meter War eben das wieder Du auch? Okay Wie viele Borden hast du denn? Da sind wieder welche? Zu viele 30 60 60 Das steht doch eh da, die Zahl Halt über eine drüber Und da steht rechts im Besitz Okay Da ist so eine Kiste Wie der wird bewacht Ist eh komisch Und Dynamit neben uns Weg da Das ist so krass, man Der Typ ist so psycho Ich muss wieder Beeren Saufen Fressen hier Und? Nix, oder? Ja, es hat einen Klauer Die haben wir ja zum Glück Gut Könnte ich Ja, wollen wir zu dieser Höhle mal hingehen Wir wissen ja ungefähr, wo sie ist Ja, weißt du noch ungefähr, wo sie ist? Ja, am Anfang sagte ich ja Könnten wir dann machen Wir kommen da eh bei einem Rüpfe, gell? Und so langsam wird das Spiel auch schon wieder langweilig Oh Wir haben doch Hä, wir haben so viel Progress gemacht heute, Digga Jetzt hast du mal eine Stunde kein Progress, weil du rumfarmst Was ist denn mit dir eigentlich manchmal? Ja, seit drei Tagen der Silbe Hä, ist doch nicht Wir sind, wir haben mal die Ex Wir haben die Armbrüste aufgehören Wir haben dieses komische Düsen-Ding da hergestellt Wir haben noch Bosse, noch Höhlen zu sehen Ja, wie schwer ist das denn? Was ist denn mit ihnen? Ich bin hier voll begeistert in der Wüste hier Und hoffe, dass ich mit dem Wüstenprogress in das Eisgebiet kann Achso Hier wieder Bärenstein 8, du Scheiße Das hängt ja richtig da Vielleicht wieder Bären essen Ich esse gleich nochmal Die eine Sekunde spare ich mir Das Lustige ist ja Das Spiel kommt ja noch So richtig Wenn wir jetzt den Gleiter kriegen würden Und uns dann so ein Irgendwann so ein komisches Auto bauen Oder so ein Heißluftballon Dann kannst du über die ganze Welt fliegen Und das so anschauen und so Ist doch voll geil Fühlst du das nicht? Ja, doch, klar Der Weg dahin ist vielleicht nicht immer geil Aber gehört doch dazu Das mit dem Bärenstein-Fahren ist ein bisschen doof Aber ja Wenn wir das dann von oben ansteuern können Das müsste besser eigentlich sein Ich habe, ich war ja schon mal in der Wüste Und habe halt schon auch gut Fortschritt gemacht Also ich habe ja schon geschaut, dass ich den Fortschritt mache So Imagine, du müsstest 2 mit der Wüste Ich bin schon das zweite Mal da Wenn du eigentlich läufst Deck ich das mit Deckst du das für mich auch auf der Karte? Oder was? Boah Ich bin schon Horn Was hat er denn jetzt aufgenommen anstatt des anderen? Der Depp Ich bin schon Aufwärts Ich habe hin und weg gestanden habe ich auch einige schweren Gegner gesehen Wo sie gekämpft haben gegen die auch irgendwelche spezielle lego manchmal nicht nur so monster und und diese eine hunde der wir jetzt haben das im schneegebiet ist ja ultra krass und man schätzt auch dass immer so updates kommen von sortier ist noch so weiter geht mehr updates dass wir ich mein klar die höhle am anfang können wir finden aber es muss doch noch eine andere geben hier in dem wiesengebiet gab es doch hunderte das ist die wir noch mal arbeiten für mich wie meinst du die für mich heute soll es geht aber glaube ich nur zu hause oder ja also jetzt hast du ja angewählt dass du bei ihr auf mit abenteuer heise bist ich glaube du bist jetzt weg schickst dann geht sie nach hause also weil du sagst du musst dir erst mal sagen hey ich habe keinen bock mehr auf dich dann geht sie ja das mit dem holz und ist zu hause dass sie die soßen sammeln und es dauert ja so stunden sagt sie ich glaube mal weiter schauen was noch so ist ich müsste mir auch vielleicht sind sie diese berge da so anschauen war das offensichtlich die höhere und werke laufen ich glaube meistens open field rum müsste ich auch mal um den berg herumlaufen oder so diese hier noch mal nach hause kommen die weite station sagst du bauen und dann in und her porten im bett hier sind sogar welche mit schild oh mein gott okay krass hat ein schild weißt du noch die typen die uns am anfang gekillt haben dabei der beide bei dem wasser ich glaube das war sogar wüstenland ganz am rand sprich sind wir sprich sind wir ganz am anfang ins wüstenland aussehen rein bei der ersten erkundung oh hier ist jemand als sie da gestorben sind es jemand gutes mit maxi hallo nur keine falsche scheu ziehlos und deckte die welt freundschaft nicht spoilern unsere freundschaft hat ein ende dann verrat es mir nicht wesentlich okay es ist ein netter npc wo auch nur sprengstoff war schneebeeren kann man hier alles aufmachen weiter weiter ich habe gerade auf meinem tablet einen film gesehen ich muss mich schon seit ewigkeit mit ungetümen herumschlagen ich wünschte ich könnte mich irgendwo in einem netten dorf niederlassen schließt dich meinem an zwinker zwinker okay ich habe mir in der wüste eine klage war mit kopfe oder mit pinken kopfe dann so eine kleine liebe aber dafür dass hier wüste ist ist hier ziemlich oft links da oder zumindest am rand wasser genau suchst du die höhle dann komme ich auch zurück oder was zum fleisch kannst du kannst du so ein grill auf vor ort bauen das kostet glaube ich nur granit wieder zeit habe ich ja gemacht gehabt so charakter kalt sagt ich würde gerne reparieren wenn es nicht klappt dann habe ich pech das 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 zack 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 hat funktioniert cool wunderbar also ich wäre jetzt nicht so auf die idee gekommen dass das passiert und wenn es mir passiert wäre ich hatte ich gedacht wäre zufall mit der kiste wegen reparieren kommt er nicht auf sowas das wiederholt sich ja schon mal wieder oder sein lager aber was wird denn ich würde gehen so ein dynamiter ins lager werfen das nur so eine kiste aber da ist er nicht ich lass dich mal in ruhe mir kam es vor als wenn ich beim grünen herumgelaufen bin habe ich immer wieder die höhlen schon auf der karte gesehen hier muss mir irgendwie die höhlen rein du betrittst den strand hier ist so ein anderes monster mit grünen augen hier mit vier grünen augen scheiße wäre ich nicht unbedingt hinzunehmen ich suche mir das weg vor okay das hat okay das ist so ein ding hier in der wüste wieder was so was so gibt wird das ist dunkel ich sehe es ja nicht richtig ich gehe da nicht hin hab schiss ich sag's dir wie es ist ja ich komme dann in richtung dich zurück damit ähm ich glaube weitere expeditionen zu fuß sind glaube ich zu weit weißt du das ist halt zu krass sag ich mal es reicht ja auch erst mal ich würde dann den erweitern expeditionen ding machen hier mit dem gleiter oder so weißt du was meinst du kannst du nicht ich habe hier meine sachen verloren und auf der stelle warum sachen was hast du gemacht mein arm rust verloren hast du nicht aufgepasst beim schießen wegen ausdauer wegen haltbarkeit ich hatte keine ängste ich hatte keine kisten ich konnte nichts machen ich konnte keine kisten verloren hast du keine armbrust mehr oder was nur so eine billow armbrust halt ach so konnte man mit der hand nicht abhacken mich sammeln holz auf der oder so nicht in der wüste so ich bin ich komme in deine richtung und dann gehbebe aufs zum etwas da gehen wir nicht durch wegen berge müssten irgendwie außen rum batschen hier Du bist da. Kann ich oben rum oder unten rum? Ne, unten sind wir gegangen. Oh, eigentlich ist er da am anderen neben mir. Guck mich eigentlich da hin zu dir? Ja, gell? Mehrere von mir. Die deutsche 4C, die machen wieder. Ich bin direkt auf deinem Weg, wenn ich nicht sterbe. So. Okay. unter zwei verdienen das letzte war irgendwie geschenkt du hast nicht gerade auch bekommen ich hab bei mir nichts mehr ja cool gebaut muss aufgesammelt aber das hatte ich alles